Heute möchte ich mit dir einmal über die Lebenshaltungskosten hier in Spanien sprechen. Und zwar möchte ich einfach mal nur kurz Bescheid geben, was aktuell so ein Liter Milch kostet. Und wenn man das hier im örtlichen Mercadona Supermarkt kauft, der in ganz Spanien vertreten ist, dann kannst du das bei der Hausmarke für 91 Cent pro Liter kaufen. Also Vollmilch, Lechentera. Ja, wenn du das in Deutschland kaufst, glaube ich, dass du sogar noch ein bisschen mehr bezahlst. Schreib es doch mal bitte in die Kommentare drunter, dann weiß ich auch, was man in Deutschland gerade bezahlt. Aber hier liegt es eben jetzt mittlerweile schon bei über 90 Cent, denn vorher hat das um die 60 Cent gekostet. Also die Inflation hat richtig reingehauen. Leider. Ja, hier in Spanien merkt man das schon recht deutlich. Wie ist das denn in Deutschland? Also die Milch ist jetzt nur ein Beispiel. Ich kann dir in folgenden Videos weitere Beispiele geben, aber dann müsste ich dich jetzt tatsächlich bitten, gib dem Video bitte mal ein Like und abonniere auf den Kanal. Das kannst du hier auf dem Button machen. Und wenn du mehr Videos über Spanien sehen möchtest, dann klick hier. Und dann sehen wir uns im nächsten. Servus!